Wie der Tabellenvierte am Donnerstag bekannt gab, unterzeichnete der 35-Jährige einen neuen Vertrag bis 2019 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Enes ist eine wichtige Konstante beim MSV, sagte Sportdirektor Ivo Grilic auf ihn. Es ist immer Verlass, er stellt sich stets absolut in den Dienst des Teams und des Vereins. Defensivspieler Harry war im Sommer 2014 nach Meiterich gewechselt und bestritt seit dem 26,2 und 47 Drittligaspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017